halli hallo meine lieben friends und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von watchdogs legions vielen vielen dank dass du eingeschaltet hast und ich würde sagen geht es weiter mit albion insider und zwar müssen wir zu einer wache wechseln ja team ich glaube die wache das müsste sie sein oder nee ja klar sicher ist klar ist auch die hier wir setzen nice gut eigentlich wollte ich sagen wir rüsten wir eine waffe aus mit schalldämpfer aber das hat sich erledigt und ja habe ich nicht ach so klar viel gedrückt halten ich habe nur die klasse eher gesagt den charakter bearbeitet und ich dachte ich hätte direkt gewechselt naja perfekt ich bin bereit zu helfen so gut ich kann okay wo ist eine tor auf landen ich habe kurz ja gut also ist stimmt der trau auf landen ist ja nicht hier der ist auf der anderen seite habe ich auch schon vergessen also was ist gerade erst aufgenommen du hast erst gerade die aufgenommen du wusstest doch genau wo das tor auf landen ist naja da waren wir ja noch erst gerade alzheimer kickt das schon in diesen jungen jahren wie soll es denn später weitergehen ok auf jeden fall geht es weiter jetzt versuche ich gerade hier den ausweg für die straße das war gar nichts ich bin auch eine wache ja du kannst mich nicht festnehmen meine fahrkünste muss man erst haben aber gg klappt auch nur fügt dich doch ja ja easy okay wir können erst dort reingehen eher dorthin eher gesagt dorthin fahren wenn wir nicht mehr gesucht werden das dort noch ein bisschen noch ein bisschen ja das dort noch ein bisschen immer diese pola hat jemand sichtkontakt irgendwer verfolgung aufgenommen ich wiederhole verfolgung das gibt es doch nicht wir bleiben einfach hier stehen dabei habe ich gar nichts gemacht oh nice guck mal ich kann sogar hier reinfahren der staunste war weg da weg da weg da weg da weg da meine güte meine paar künste hier ich sag's dir woanders siehst du keine besseren weißt du jetzt waren wir noch wir haben einen Underground okay nein ich habe damit nichts zu tun ich habe damit wie zum Fick kommen wir ach das gibt's doch nicht guck dir jetzt mal an wie das abgesperrt ist ja wir müssen doch runter wir waren doch auch gerade unten das bedeutet wie komme ich hier runter überlegen wir das überlegen wir dies aber sicher doch aber sicher doch das machst du schön wenn wir Glück haben wissen sie noch nicht dass du die Springerstiefel an den Nagel gehängt hast setz einfach dein harmloses im System ergebendes Gesicht auf oh und vergiss deine Uniform okay ja ich hoffe das ging werden ja also bis jetzt schaut es sehr gut aus aber ich kann dies nicht anziehen wait a minute warum hat können wir hier nicht rein hey warum werden wir gesehen also warum guck ich verstehe es nicht also gerade hat er uns doch auch gesehen und dann ist da Balken doch hochgegangen weiß ich was ich meine ich werde dir jetzt etwas sagen und das bleibt unter uns das ist absolut vertraulich ich finde das ganze ziemlich seltsam klar gibt es gute Gründe Teile eines Gebäudes zu schließen aber insgesamt ist das Mist das hier ist ein wichtiger Teil der Geschichte Londons weiß wir sind drunter das meine ich auch gerade wie der der hat uns gesehen oder die hinter uns haben uns gesehen und da direkt die Balken sind hochgegangen warum ich dachte wir sind es verkleidet eine Warnung jetzt wo wir drin sind eine Störung reicht und Nigel Cass wird sein Treffen absagen lass dich nicht von deinen früheren Kollegen entdecken oder die Operation ist gelaufen nice ok das bedeutet ja in diesem Stockwerk hat Nigel nichts wichtiges du weißt eine Menge über Cass habe ich recht? naja ich war auch bei Albion falls du das noch nicht gerafft hast Cass und ich waren Freunde ich habe ihn bewundert er war unglaublich ein Technikgenie und ich stand total auf so Zeug tja ich wollte sein wie er darum habe ich mitgemacht verdammte Scheiße aber er ist später herausgefunden dass er ein Scheißkiller ist wie sollen die uns denn nicht sehen siehst du das? hier oben wird es bestimmt schlimmer ja krass wir müssen dorthin ja perfekt nice 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 sind wir dort? ich habe gehört Deadshake wäre zurück offensichtlich nicht Terroristen die sich als Moralaposte aufspielen hör zu Deadshake sind bloß Hochstapler das kriegen wir doch hin für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis na das ist doch großartig nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung sei vorsichtig du willst nicht wissen was Rachel mit Eindringlingen macht das war klar das war sowas von klar dass dies nicht funktioniert also dass wir nicht einfach dorthin spazieren können das war sowas von klar jetzt hätte man sich auch denken können es wird etwas dauern bis die Fälschung fertig ist zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior zeig her internes psychologisches Gutachten AS 001 Cass Nigel Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass CEO von Albion mit ansehen musste schon bald nach dem was er Ereignis nannte entwickelte er entsprechende Symptome Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren um Albion zu einem Zitat Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose ich habe Bedenken ob Mr. Cass in der Lage ist ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen als die ihn weiter zu beobachten vor allem da ich aufgefordert wurde seinen Fall zu schließen super jemand mit einer Menge emotionaler Altlasten ist für unsere Sicherheit zuständig einfach super tja Nigel stand eigentlich nie jemandem nah außer seinem Dad und mir vielleicht er hat den Menschen nie wirklich vertraut also der Pass ist bereit aber mehr schlecht als recht wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen probieren wir es trotzdem Nigel Cass wartet ok Nigel wartet auf uns ja eher gesagt wartet auf uns dann würde ich mal sagen hören wir uns das doch mal an wir machen hier gar nichts wir machen hier gar nichts ok ok nichts 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 alles gut alles gut alles gut das war knapp das war knapp holy shit holy shit war das knapp willkommen bei Projekt Themes unsere neuen autonomen Drohnen diese Drohnen identifizieren isolieren und terminieren Bedrohungen bevor sie Schaden anrichten sie können überall hin sehen alles sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision Themis Drohnen können tun womit Menschen immer Probleme hatten handeln handeln unverzüglich und entschlossen ohne ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und ihnen sagen nein ihnen versprechen dass mit dem Start von Projekt Themes London die erste Stadt der Welt sein wird die wirklich sicher ist Mr. Cass ich hatte gehofft sie hätten uns hergeholt um über die moralische Seite zu reden nein schon ok der Kommissioner macht sich Gedanken so wie wir alle ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe reden wir darüber nun zum einen Themis geht weit über Albions Mandat hinaus wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen verstehe Staat verschieben um über die Details zu reden und sie einzuordnen die menschliche Seite wird außer Acht gelassen ich kann den Verteidigungsminister anrufen jetzt sofort wenn sie drauf bestehen die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht jetzt wird nicht mehr geredet gezögert oder gerätselt bitte verstehen sie ich lasse nicht zu dass jemand mich eingeschlossen Themis sabotiert also werden unsere Freunde bei Tides bereit sein sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts müssen sie noch irgendwelche Dritte konsultieren äh nein wir werden bereit sein und gerade zur rechten Zeit Kriminelle beherrschen unsere Straßen Illegale bedrohen unsere Familien und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet Entschlossenheit ist schwer aber das Beste ist sobald die Entscheidung getroffen ist muss keiner von ihnen mehr etwas tun Achtung! aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt deine Uniform wird helfen sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen Bergli ich brauche einen Ausgang schnell die Katakomben los los ich verstehe das nicht warum ich verstehe es nicht warum können wir die Fähigkeit nicht aus also wir hacken uns mal kurz hier rein ok ich hoffe das ist der einzigste aber das Problem ist ich glaube das sieht uns ja klar wir müssen den irgendwie ausschalten aber wir müssen den auf jeden Fall erstmal ablenken dann so anders kriege ich das nicht hin anders kriege ich das nicht hin das kannst du vergessen das kannst du vergessen ok sind hier nicht zwei gewesen da ist der und da ist der andere ok der andere steht zur Seite das bekommt er nicht mit ne alles easy das hat er nicht mitbekommen alles gut Kollege hier ist alles gut alles in Ordnung easy easy alles ist easy alles ist easy alles ist easy alles ist easy ist hier jemand nein gut dann schnell 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 ok nice sehr schön haben wir es geschafft ja uff 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 ok einen mussten wir ausschalten leider zwei ja oder haben wir es noch nicht geschafft ich glaube wir haben es noch nicht geschafft oder ja noch nicht das ist jetzt der Shakepoint ja stimmt wir sind jetzt mal in den Katakomben Katakomben ja eher gesagt im Keller ja unser Zeugen Stein er weiß sich durchzusetzen und er will die Systeme projekt schnellstent starten das ist eher keine gute Nachricht für London Ok ��터 was ist das was liegt denn dort was wir machen werden ich weiß nicht ob jemand hier uns unten aber also hier ist keiner also doch okay ich bin mir nicht sicher ob wir hier richtig sind ich habe kein belassen schimmer jeden fall ich glaube schon oder doch 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 okay nice wir sind hier richtig das gefällt mir auch nicht ich weiß es nicht könnte sich auch anhören schiff oder irgendwie ich stecke in der klemme oder wir haben es geschafft das kann es auch sein ich weiß es nicht wir müssen ihm themen nehmen ich bereite das briefing vor bist du dabei heimisch ich riskiere mein hübsches gesicht nicht schon vergessen aber schaltet mich dazu du und ich müssen noch pläne schmieden ok was passiert denn dort weg mit dir unsere potenzielle rekrutin kontaktiert uns ich stelle sie durch sag mir einfach was ich für dich tun kann der größte dank wäre wenn du dich uns anschließen würdest ja ich bin bereit etwas zu verändern auch gut guck mal wenn wir schon rekrutiert haben das nice 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 du bist nirgendwo ja du hältst schön deine frisse wir müssen auf jeden fall zurück zu unser versteck ich würde aber erst mal sagen an dieser stelle machen wir einen cut und dann würde ich sagen bis zur nächsten folge hier zu watchdogs legions vielen vielen dank dass du eingeschaltet hast und dann würde ich sagen wir sehen uns beim brüchen wieder und ja euer bastis raus wie gesagt vielen dank dass du da warst vielen dank dass du eingeschaltet hast und bis zum nächstes bis zum nächsten mal ciao ciao